Ganz hier oben, guck mal. Die Fahne, dass die hier so hängt. Das können wir gerne noch viel machen. Dass die hängt. Die Fahne, die Fahne, die Fahne, die Fahne. Die Fahne, die Fahne. Die Fahne. Die Fahne, die Fahne. Die Fahne, die Fahne. Die Fahne, die Fahne. Die Fahne. Okay, wir haben so einen Falle mit Oliver, wir sind so gut, wir haben hier in der Gegend Dachau und die Talia-Leute in der Verhandlung. Und Olli, hier ist die Anna von, ähm, ja, ähm, eigentlich auch Hessen, aber ich bin in der Talia auch in Dachau. Ich höre dich auch mit 59, du kommst super gut rein. Hier ist Delta Alpha 0, Delta Alpha 0, hier ruft Delta Kilo 0, IBM, hier ruft Delta Kilo 0, IBM aus Laatzen bei Hannover, hier ist Delta Kilo 0, IBM in Laatzen. Delta Alpha Null, Genki Lima, hier ist noch Delta Kilo Null, India Bravo Mike Delta Kilo Null, India Bravo Mike, hier ist Delta Alpha Null, Genki Lima Ja, okay, der Name hier ist Carlo, wir sind in Laatzen bei Hannover Wir hören euch wunderbar und wünschen euch einen schönen Tag von unserer Veranstaltung hier in dem Distrikt Niedersachsen Wir haben eine größere Veranstaltung mit 30 Leuten hier zur Zeit Und ich habe gerade mal eben die Codes mit angeschmissen Ich wünsche euch alles Gute nach Dessau, hier ist Delta Kilo Null, India Bravo Mike, DK0 IBM Ah, Dachau, jetzt höre ich das, jetzt bei Dachau aus München Ja, alles Gute für euch nach München und ein schönes Wochenende Ich bin wieder weg und ihr habt 9 plus 20 dB hier in Hannover Danke schön, 73 73 auch von uns, von der ganzen Gruppe hier aus Hannover von Delta Kilo Null, IBM Bye, bye